Jules und Fabian Hi Jul, Hi Fabian. Heute haben wir ein Spiel mit euch. Fakt oder Fake? Wenn ein Fahrer die Fahrer auf der Schlussfolgericht kann man das tun? Richtig. Fakt. So, Fabi, es gab ein total von zehn verschiedenen Polsetters in 2022. Fake, Lelu hat all of them. Ich denke, du hast recht. Ja, wir fragen uns einen Rookie. Rookie, Rookie. Mein Freund Jan. Jan, ich habe eine Frage für dich. So, lass mich sehen, ob Sie wissen die Rookie. Wenn ein Auto cross die Finale nach hinten, die Fahrer bekommen 50% der Punkte. Nein. 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 Okay, er weiß es. Well done. Wir haben eine wichtige Interview für Christopher. Wir haben ein Spiel für Chris. Important. Es geht um die Regulierung. Meine Frage ist, ist Circuit Sandboard der längste Tag im Kalender? Nein. Aber Sie sind hinter dem Bad of Excuses? Nein. Nein. Okay, gut, gut. Elias weiß nicht die Regulierung. Wir haben eine Frage für dich. Ich denke, ich weiß nicht die Frage. Ich denke, ich weiß nicht die Frage. Wie viele Pulseiter haben wir dieses Jahr gesehen? Es ist mehr oder weniger als 10? Es ist weniger als 10? Es ist weniger als 10. Es ist weniger als 10. Es ist weniger als 10.